Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute nochmal mit einem sehr sehr interessanten Video, denn ein Todesritter namens E-Way oder Ai-Way hat es geschafft, Atal Dazar auf Plus 20 komplett solo zu legen. Natürlich nicht in Time, der hat da eine gute Zeit drin verbracht, aber nichtsdestotrotz ist es eine ziemlich ordentliche Sache, diese gesamte Indie ohne einen anderen Mitspieler zu legen. Wir sehen hier, er hat das Ganze in der vergangenen ID gemacht, also mit verstärkt, vulkanisch und boshaft und er hat ein Itemmobile gehabt von 476. Die anderen Leute, die ihr hier mit in dieser Auflistung seht, waren glaube ich nur zum Start des Keys mit drin und haben ihn aber nicht mit beendet und der Spieler E-Way sagte selber, er war 5 Minuten 40 laut Timer da drin, hat aber wohl anderthalb Stunden Pause gemacht, sprich er wäre dann in vier Stunden durch die Indie gelaufen. Das heißt natürlich auch, du brauchst ordentlich Ausdauer, wenn du da Bock drauf hast, das Ganze zu machen. Meins wäre es jetzt nicht, aber trotzdem das Ganze erstmal zu schaffen, ist jetzt auch nicht so schlecht. Er hat seinen gesamten Run auch im Video hochgeladen, was in Atal Dazar immer ganz nett ist, Todesritter können sich diese Ehrenwache hier als Diener dazu holen. Die macht über so einen gesamten Run durchaus ziemlich viel Schaden und das hat er beispielsweise auch für sich genutzt, um ein bisschen besser hier durchzukommen. Also wenn ihr euch das ganze Video reinzieht, es gibt da ein paar interessante Taktiken, die er so angewendet hat. Er hatte Itemlevel 476 bei diesem Run. Natürlich muss man sagen, dass Todesritter eine sehr, sehr gute Klasse ist, um solche Solo-Runs zu machen, weil sehr gute Survivability und der Dude kann sich einfach hochheilen wie ein junger Gott als Todesritter. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, mit verstärkt hast du da durchaus einige Trashmobs mit drin, die dich in der Kombination ziemlich auf die Bretter schicken können. Und ich würde mal behaupten, weil ich auch unter diesen Videos oder Posts gelesen habe, von wegen, warum bist du da so schwer dran, mit Todesritter Easy-Mode und so weiter und so fort. Aber die meisten, die das schreiben, sollten es mal versuchen, einfach mal da reinzugehen und das in einer Sitzung durchzuspielen, ohne sich vorher Gedanken zu machen. Ich wette, die meisten würden das jetzt nicht unbedingt auf die Kette bekommen. Und sein Video, er hat den ganzen Run komprimiert auf 17 Minuten. Wir sehen zum Beispiel hier, das ist auch mit der fieseste Trash-Pull in der gesamten Inni, einfach weil da sehr, sehr viele Mobs auf einem Haufen stehen, die zum Teil auch relativ eklig sind. Und da macht er zum Beispiel, er holt diese Ehrenwache, lässt die die Mobs tanken und er holt sich immer einen Mob einzeln raus und tötet ihn dann am Rand weg. Ist zum Beispiel eine sehr, sehr smarte Geschichte, auf die ich beispielsweise jetzt nicht gekommen wäre. Und wahrscheinlich die meisten dieser Kommentarhelden im Internet werden da halt in die komplette Gruppe reingerannt und wären 17 Mal gestorben, weil das einfach auch mit dem Gear auf plus 20 so nicht machbar ist. Man muss sich halt auch vor Augen führen. Plus 20 sind glaube ich 300, sind es 385 Prozent mehr Schaden? Irgendwie sowas in dem Dreh. Also es ist schon ziemlich, ziemlich ordentlich. Und wir sehen an der gesamten Geschichte auch hier seinen Schaden, seine Heilung, die er während der einzelnen Kämpfe macht. 40k HPS sind jetzt für einen Todesritter nicht unbedingt brutal viel. Aber nichtsdestotrotz sehr gute Leistung. Und wahrscheinlich, das war sogar noch mit, oder auf der anderen Seite, ne gut, der Boss ist tatsächlich gar nicht so schlimm, wenn er ihn solo legt. Weil, ich hatte gerade überlegt, aber er kann ja eigentlich diese Transfusion nur auf einen Spieler machen. Also heilt er sich nicht gegen. Das wäre zum Beispiel so ein Boss gewesen, der ansonsten ziemlich unmöglich gewesen wäre. Aber auch hier sehen wir die Schwierigkeit an der gesamten Geschichte. Er hat halt auch diese ganzen Ads am Start, die die Flächen wegnehmen, in die er reinlaufen muss, damit sich der Boss bei der Transfusion nicht gegenheilt. Und da sehen wir halt auch mal, hier prockt er in seinen Cheat Death rein. Ja, es ist auch mit Gear nicht so einfach, das Ganze durchzuführen. Und der Boss ist auch verstärkt, nicht tyrannisch. Und er wäre so schon fast umgeprügelt worden. Also ich glaube, unter anderen Umständen wäre das wahrscheinlich dann nochmal schwieriger geworden, die gesamte Geschichte. Also, den gesamten Run könnt ihr euch natürlich sehr, sehr gerne bei ihm auf YouTube anschauen. Ich packe den Link in die Videobeschreibung. Damit auch nochmal von meiner Seite aus großen Respekt, vor allem für die Ausdauer, aber auch das Ganze durchzuführen, da erfordert es schon ein gewisses Commitment, würde ich einfach mal sagen. Und natürlich auch Skill. Also ich glaube nicht, dass das die meisten, die sagen würden, das ist ja super easy, dass sie das schaffen würden. Von daher Respekt für diese Leistung und ich finde es immer wieder cool zu sehen, wie die Leute das machen. Für mich wäre es definitiv nichts, allein weil ich nicht die Geduld dafür hätte. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich mir auch wahrscheinlich zu wenig Gedanken machen und könnte viele Pulls gar nicht umsetzen, weil ich mir keine gute Strategie dafür ausdenke. Aber gerne anschauen tue ich mir diese Geschichten trotzdem. Und damit, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video und reingehauen.